Vorsorge von Gebärmuthalskrebs Der Gebärmuthalskrebs ist der vierthäufigste bösartige Krebs bei Frauen. Gebärmuthalskrebs wird oft erst dann entdeckt, wenn er schon sehr weit fortgeschritten ist. Jede Frau sollte daher die Symptome kennen und keinesfalls auf die jährlichen Vorsorge von Gebärmuthalskrebs beim Frauenarzt verzichten. Der Gebärmuthals Die meisten Frauen wissen gar nicht so genau, wo welche ihrer inneren Organe liegen, wie sie heißen sowie wozu sie gut sind. So ist für viele der Begriff des Gebärmuthalses ein diffuses Wort, dem sie dann keine genaue Position in ihrem Körper zuordnen können. Der Gebärmuthals stellt die Verbindung zwischen der Scheide sowie der Gebärmutter her und beschreibt den äußeren Bereich der Gebärmutter. Er beginnt mit dem sogenannten Muttermund und endet in der Gebärmutterhüll. Der dazwischenliegende Teil wird Cervixkanal genannt, weswegen Gebärmuthalskrebs auch Cervixkarzinom genannt wird. Gebärmuthalskrebs Gebärmuthalskrebs Ein Krebs am Gebärmuthals ist die Folge einer Infektion mit sogenannten humanen Papillomviren, auch mit HPV abgekürzt. Sie sind die weltweit häufigsten über Geschlechtsverkehr übertragenen Viren überhaupt und werden meist nicht bemerkt. Nicht alle solchen Viren verursachen auch Krebs, manche führen nur zur Entstehung von Warzen an den Geschlechtsorganen. Dies betrifft Männer und Frauen gleichermaßen. Man nimmt an, dass bis zu 80% aller Erwachsenen, sexuell aktiven Menschen im Laufe ihres Lebens eine Infektion mit Papillomviren durchmachen. Doch ohne dies zu wissen, denn meistens heilen diese Infektionen in Zeiträumen bis zu zwei Jahren von selbst wieder aus. Man schätzt, dass etwa 10% der von Papillomviren infizierten Frauen diese Infektion dauerhaft in ihrem Körper tragen und dies zu Veränderungen im Gewebe des Gebärmuthalses führt. Jedoch führen nur 1-3% davon innerhalb von 10 Jahren zu Gebärmuthalskrebs. Gebärmuthalskrebs tritt meist am Beginn des Gebärmuthalses auf, weil dort am Muttermund die beiden Gewebearten von Zervixkanal und Muttermund aufeinander treffen und dieser Bereich dadurch anfälliger wird für Infektionen. Schmerzensymptome Das Dückische an vielen Arten von Krebs ist, dass er meist unentdeckt bleibt, bis er schon so weit fortgeschritten ist, dass es zu spät sein könnte. Ärzte gehen davon aus, dass 80% aller Todesfälle durch Gebärmuthalskrebs vermieden werden können. Die meisten Todesfälle ereignen sich bei Frauen, die in den Jahren vor ihrer Krebserkrankung nicht an der Früherkennungsuntersuchung bei ihrem Frauenarzt teilgenommen haben. Symptome von Fortgeschrittenerem Gebärmuthalskrebs sind Zwischenblutungen veränderte, süßlich riechende Ausflussschmerzen beim Geschlechtsverkehr Blutungen nach oder beim Geschlechtsverkehr Blut im Urin Harnwegsinfekte Schmerzen im unteren Rücken Lymphstauungen Ungewollter Gewichtsverlust Jedes dieser Symptome an sich sollte die verdächtig vorkommen und beim Frauenarzt abgeklärt werden. Meist steckt eine ganz harmlose Ursache dahinter, aber leider nicht immer. Risikofaktoren wie bei jeder Krankheit, sie gibt es auch für das Auftreten von Gebärmuthalskrebsfaktoren, die das Erkranken begünstigen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, von dieser Art Krebs betroffen zu werden. Risikofaktoren sind Ungeschützter Geschlechtsverkehr Rauchen häufig wechselnde Sexualpartner Geschlechtsverkehr In sehr jungem Alter Behandlung Vorbeugung Es ist recht einfach, diese Art von Krebs vorzubeugen. Es gibt zwei wesentliche Bausteine, die effektiv dazu beitragen, das Risiko, an Gebärmuthalskrebs zu erkranken, stark zu senken, Impfung Regelmäßige Vorsorgeuntersuchung Es ist wichtig zu verstehen, dass nur beide Punkte in Kombination einen guten Schutz bieten, denn die Impfung allein ist nur gegen zwei Viren wirksam, die allerdings für mehr als 70% aller Erkrankungen verantwortlich gemacht werden. Die Impfung gegen Gebärmuthalskrebs sollte dich nicht in Sicherheit wiegen, denn sie bietet nur Schutz vor eine Infektion mit zwei krebsauslösenden Typen der humanen Papillanviren, HPV, minus HPV 16 und HPV 18. Sie wirkt nicht gegen alle möglichen Viren, die Krebs auslösen können. Die Impfung ist am besten wirksam, wenn junge Mädchen bis zu einem Alter von ca. 14 Jahren geimpft wurden. In Einzelfällen ist eine Impfung bis zum 18. Lebensjahr oder später möglich. Dies sollte aber mit dem Frauenarzt erörtert werden. Besonders wichtig, die Impfung sollte dann vor dem ersten Geschlechtsverkehr durchgeführt werden. Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland übernehmen überdies die Kosten der Impfung. Zusätzliche Vorbeugung zusätzlich zur Impfung sollte jede Frau ab einem Alter von 20 Jahren dann mindestens einmal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten. Dabei untersucht der Arzt den Muttermund auf verdächtige Gewebeveränderungen und nimmt einen Abstrich von Muttermund und Gebärmuthals vor. Mit dem Gewebe des Abstriches kann getestet werden, ob eine Virusinfektion vorliegt und ob das Gewebe durch Krebs verändert ist. Der Abstrich wird allerdings nur dann auf Viren untersucht, wenn das Gewebe wiederholt auffällig verändert war oder sich bei der Untersuchung auffällige Veränderungen gezeigt haben. Nutze die jährliche Kontrolle, um Gebärmuthalskrebs vorzubeugen und vermeide eine Infektion mit Papillomviren durch angepasstes Verhalten oder Impfung.